Sind Sie ein Hellseher oder sowas? Haben Sie übersinnliche Kräfte? Nein, hab ich nicht. Früher mal, ja. Ich meine, ich hab natürlich nur so getan, als hätte ich sie. Sowas wie übersinnliche Kräfte gibt's nicht. Aha, und wozu genau sind Sie dann hier? Kennen Sie Schere, Papier, Stein? Natürlich. Spielen wir es. Auf drei. Eins, zwei, 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 drei.